Das Tolle an der Architekt at Work ist die besondere Atmosphäre mit sehr vielen Ausstellern, die uns Neuigkeiten präsentieren. Die Architektur at Work ist das Forum und warum? Hinter uns der Stand, das ist 2,40 m x 2,40 m eine Ecke und die hat jeder. Wir haben hier die Chance im Spiel mit den Großen unsere Produkte zu zeigen und das zeichnet die Architektur at Work aus. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil dieses Konzept einfach überzeugt, man kriegt einen guten Überblick, man führt interessante Gespräche. Das macht meines Erachtens die Architekt at Work auch so einzigartig, weil die Kommunikation zwischen Planer, Industrie und herstellendem Gewerbe hier auf niederschwellige Art und Weise sehr angenehm und fachlich konzentriert stattfinden kann. Und weil man immer wieder neue Produkte und Innovationen findet. Die Messe ist ganz toll, weil wir hier Architekten finden, die auf der Suche sind nach neuen Materialien, neue Produkte und neue Anwendungen. Und ich glaube, das findet man hier auch auf der Messe. Wir sind ein französisches Unternehmen, das mit Architekt at Work seit einigen Jahren zusammenarbeitet, wo wir uns von Städte zu Städte in Europa entwickeln können. Wir werden weiter auch in der Zukunft mit Architekten at Work zusammenarbeiten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.